Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei DOOM! Ja, in der letzten Folge sind wir ja an einer doofen Stelle gestorben. Ach du Scheiße, wo geht's gleich wieder rund? Oh nein, das lebt noch, das lebt noch, das lebt noch! Jetzt aber BÄM! Komm schon, komm schon, komm schon! Da hast du es! Machst du einer? Okay! Komm her! Knack! So! So, der ist... Jetzt ist er fertig! Und weil es so schön war... Gut, 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 gut! Ich glaub der ist tot! So wie der zappelt! So! Ihr seid ja so schon einfach, euch zersplitter ich einfach! Ich geh auch noch einer! BÄM! 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 Dann hol zu! Wer nicht will, der schon... Ja, wat dann! Wo kommst du denn jetzt noch her? Juhu! So, und mir bleibt, so wie ich das sehe, eigentlich wirklich nur der Weg nach da... Oben... Hm! Dann versuchen wir das halt nochmal! Ich hoffe mal zumindest, dass das der richtige Weg ist! Müsste aber eigentlich! Und dann ist da halt die Frage, wohin? Da haben... Das ist wahrscheinlich nur der Weg zur Ruhe noch! Nein! Nein! Das war mir jetzt irgendwie klar! Ich hab mich jetzt... Ich wollt... Nein! Ich wollt jetzt auch gar nicht großartig landen! Hätt ja den ganzen Weg wieder hoch hüppen müssen! Aber jetzt müssen wir die ganzen Gegner wieder plätten! Ähm... Okay... Ich könnt bei der Ruhe da trotzdem mal gucken! Vielleicht komm ich da... So, ja komm! Komm damit herzig! Oh krass! Du da hinten kriegst auch noch dein Fett weg! Gut! Dann du halt auch noch! Komm, geh sterben! Geh sterben! Und du auch! Noch Fragen? Hoffe nicht! Stirb! Jetzt ist es lang besser! Ich glaub das mal hab ich aufgeräumt! Oh Gott! Jetzt sind wir wieder hier! Dann will ich halt jetzt trotzdem mal hier gucken! Aber ich hab langsam die Befürchtung, dass es wirklich nur hier wieder wegen der Ruhme ist! Aber wo sollte ich denn sonst dann? Ja klar, wir könnten wieder da hin! Aber das hilft uns nicht viel! Es geht hier auch nicht höher! Merke ich gerade! Nein! Und nicht schon wieder! Jaja! Jaja! Letzten Speicherpunkt! Jaja! Jetzt geht die Scheiße nochmal los! Gegenfrage! Muss ich da überhaupt hin? Gut! Wir kommen da oben raus! Wir kommen von da! Gut! Okay! Den hat's gleich zersplittert! Gott! Jetzt verreckt doch endlich! Meine Güte! Das kann doch nicht so schwer sein! Okay! Okay! Hier ist nix! Hm! Aber hier haben wir das Problem! Aufzug gesperrt! So! Lange Räder kurzer Sinn! Diesmal hab ich ihn gleich richtig zersplittert! Ähm! Okay! Was haben wir da? Was ist das? Was ist das? Aber hier ist auch nix! Da ist halt nur wieder das! Ich glaube ich hab's gefunden! Nach längerem hin und her! Ich will jetzt auch gar nicht versuchen auf den zu springen! Wo ich mir vorstellen könnte wenn ich drauf würde bis das Ende! Dürfte das noch funktionieren aber wir gehen... Ja endlich! Okay! Da geht's nicht weiter! Da geht's nicht weiter! Gegenfrage! Waren wir nicht hier schon? So! Nehmen wir gerne alles mit! Warum steht der jetzt? Weil der fährt! Oh Gott! Muss ich jetzt zwar nicht verstehen! Aber gehen wir einfach hier weiter! Geht doch! Jetzt heißt es wieder gucken! Gibt's hier irgendwas! Außer dass es da bestimmt mittlerweile ziemlich tief runter geht! Okay! Wir haben ja hier noch eine Ecke zum Gucken! Ach guck mal! Endlich! Du verhinderst niemals, dass ich bekomme was mir zusteht! Ach halt die Klappe! Was mir versprochen wurde! Oh sehr schön! Kann ich die mitnehmen? Warum nicht? Ah ja! Ist das jetzt eine Affe? Nö! Und weiter! Aha! Jawohl! Und weiter! Der Tag! Willkommen bei der UAC! Wir öffnen mit dem Schlüssel der Zukunft die Tore der Hölle! Allein dieser Satz! Wir öffnen die Tore zur Hölle! Jo Leute! Macht ihr euch da nicht ein paar Gedanken drüber, dass das vielleicht... was macht ihr denn das? Ach... Ich frag nicht... Das ist nicht das Ende! Das ist... ist der Anfang! Oh shit! Oh shit. Oh shit. Alter. Alter! Alter! Was? Was? 3, 2, 1, was? Knack! Kopf weg. Okay. Da kommt was aber... Ah! Dann machen wir es halt so! Was? Ich glaube, ich habe es geschafft. Und wie es weiter geht, zählt in der nächsten Folge. Und wie immer sage ich, danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl und tschüss! Tschüss! Vielen Dank.